Okay, Saram. Mir ist wichtig, dass du dich sympathisch hast. Wir suchen zwei sächsische Studienräteten. Ich kann nicht folgen, Franz. Natürlich nicht, weil er aus ist. Na, wer? Der Weg. Der Weg ist aus? Bravo, Sissen. Hallo, Kinder. Ich bin der Eberhard. Nein, falsch. Leute, aufgepasst. Heute um 14 Uhr. Das Pferd bei der Reifeisenbank in der Kaiserstraße. Oh mein Gott. Das ist ja grauenvoll. Franz, der Tod ist Dreh- und Angelpunkt in Ihrem Film. Warum? Ich soll jetzt darauf antworten, oder du Schwein? Ja, mei, das ist halt mein Hobby. Ein Hobby hin, Hobby her. Ich bin einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich kann es nicht. Platz Nummer 14. Das sind einfach zu viele. Hallo. Ich bin Barbara Elichmann. Scheiße. Ja, und Gott sei Dank hat auch die Zielgruppe die Buyouts als reine Reinzeichnung gekauft. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich meine, sonst hätten wir ja unsere Headlines zu Sublines umwerfen müssen. Und es ist ja in der Branche bekannt, dass... Ich habe, in der Branche ist ja bekannt, dass ein Copy-Text-Une-CI-Direkt-Response-Point-of-Sale-Aktion für die Target-Burg völlig unbrauchbar ist. Danke. Ich heiße Bierpreis. Ich heiße Bierpreis. Ich heiße Bierpreis. Pass auf, Pavel, gleich kommt sie. Ich heiße Bierpreis. Christian. Ich heiße trautsam, jetzt. Trauer! Wir sind am Ziel. Zigerpeter ist eine Kinderkrankheit. Manche sagen auch Ups. Ich habe eine Idee, Franz. Bitte. Du könntest den Feldmarschall zum Freischuss abgeben. Zum Freischuss abgeben. Zum Abschuss freigeben. Zum Freistoß abgeben. Was muss ich sagen? Letzte Ausgabe. Erinnerung an Erich Honegger. Erich heißt das Arschloch. Erich ist ein artistsnehmann. Erich hat das Arschloch erstellt. Erich Monsieur T셋. Davvallend, 200er Ziggoas. Der Behörd� beneficial ist. Erich hat das Arschloch darauf gefliegt werden.